Fertig! So, also wie wir sehen, das ist gar nicht so einfach. 32 Meter Anlauf und dann eher 14 Meter in die Höhle. Hier ist schon wieder genau gefragt, welche Koordination an Griffen zu tun ist. Ich glaube, ich steige mit meinen 57 noch nicht mehr hoch. Ich weiß nicht, was es für die Zeit gibt. Applaus! Der Philipp Danner ist als Erster oben als Zweiter.